Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Wir haben hier die Cobra 6R Silber, sprich die Reiber. Drei Stück in der Packung, kosten 5 Euro. Wir haben pro Stück 5,5 Gramm NEM und ist wie gesagt F2 als Schwarzpilverbüller. Alles weitere sehen wir dann draußen zur Zündung und dann bilden wir uns mal unsere Meinung über die Cobra 6R Silber. Bis gleich. So Freunde, wir testen jetzt mal noch die Cobra 6R Silber Reiber. Und ich würde euch sagen, testen wir alle drei für euch und los geht's. Wir reiben sie natürlich. Schöner roter Vorbrenner. Aber ich finde sie jetzt leiser. Ich finde sie jetzt leiser als die normalen. Also nicht die Reiber. Diese BP 6R Silber 5R Silber Reiber. Ganz gut Freunde. Also ich kann sie empfehlen, aber ich finde sie für die Größe leiser als wie die normale Böller Variante. Also Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Joeller 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 Charakko!